Einfach eintauchen. Delfer Barth. Ein Unternehmen macht aufmerksam auf sich mit der Werbeaufschrift auf diesem Auto. Wenn ich auf den Straßen unterwegs bin, fällt mein Blick immer wieder auf hollende Werbung. Ich weiß, dass Unternehmen oft tief in die Tasche greifen für Werbung, Publicity. So viel mir bekannt ist, werden in Deutschland momentan über 25 Milliarden Euro für Werbung ausgegeben. Zunehmend setzen Firmen auch auf Online-Werbung, um ihre Kunden zu gewinnen. Auch ich möchte Werbung machen für ein Produkt und eine Firma. Oder besser gesagt, es ist gar kein Produkt. Es ist auch keine Firma. Eher ist es eine Dienstleistung. Es ist der Service, den Jesus uns Menschen anbietet. Ich glaube, dass Jesus uns Menschen dient wie kein anderer, dass wir die Fülle des Lebens finden. In dieser Welt und im Jenseits. Mit anderen Worten, Jesus ist der Weg zum Leben. Jesus is the way. Deshalb will ich für Jesus Werbung machen, so wie es seine ersten Jünger getan haben. Ich denke an die Apostel Petrus und Johannes. Sie haben gesagt, wir haben den Auferstandenen gesehen und gehört. Wir können unmöglich schweigen darüber. Auch ich habe Jesus im Glauben erfahren und ich muss Werbung für ihn machen. Jetzt auch auf der Straße mit dem Auto unserer Delfer Franziskaner Gemeinschaft, auf dem jetzt dieser Slogan klebt, Jesus is the way. Ich glaube, als ich bin immer wieder. Ich bin immer wieder внимeg Rainer, singen Laut euch. Dann haben wir gesehen,asu ungelegenenmäßode. Arschinstell Inziativen.